Hallo und willkommen zu City Skyline 2, wo wir versuchen werden, eine Großstadt zu bauen im amerikanischen Baustil. Auf einer Sandinsel und ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. So, okay, gut. Feld einmal abstecken. 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 Okay. so 400 tonnen können wir hier rausholen sehr gut ok die wohnen jetzt schon oh ja gehört jetzt gebohrt sehr gut ok jetzt kriegen wir doch theoretisch jetzt kriegen wir doch schwung in die kiste ja jetzt kriegen wir richtig schwung in die kiste jetzt machen wir doch hier produktion und öl geht langsam glaube ich mal zurück und dann steigt doch jetzt mal richtig mal jawohl 58 sehr gut dann müsste nämlich glaube ich unser getreide nachfrage müsste dann auch essentiell sinken weil die machen nämlich aus dem getreide machen nämlich auch noch mal sprit meine ich zumindest irgendwie so in dem dreh dass das da irgendwie so war ich weiß es gar nicht weil hier wird verarbeitung verarbeitung und holz müssen auf jeden fall noch mal ausbauen geht jetzt weiter runter wir produzieren auf jeden fall richtig gut so dann können wir mal mit steinkohle gucken wir hier was mit steinkohle noch machen können aber wir können mal die nachfrage gerade mal decken hier die ziehen sowieso aus dann machen wir jetzt mal hier gebiet mit hoher dichte was ist die nachfrage mittlere dichte hohe dichte machen wir jetzt mal hier anfrage für mittlere dichte mittlere dichte noch eigentlich schon anders ja genau so was hier hier haben wir stau warum haben wir hier stau die alle hier rein wollen warum wollen die denn hier alle rein warum ist hier nur eine spur warte mal gerade parken ich kann das nicht einzeln von der spur her machen ne ok ich glaube ich muss hier den hier eventuell mal weg machen oder ja schön ist das jetzt nicht aber aber man richtig cash man richtig cash so anschluss stellen tiefgaragen holen wir uns vielleicht gleich ein atomkraftwerk geil können wir noch mehr gas hier so ich wäre dafür dass wir uns das drankenhaus jetzt langsamer freischalten da wollten wir dann auch noch mal so die große feuerwache die polizeistation machen wir jetzt gleich straßenbahn auf jeden fall und jetzt haben wir noch einen punkt ach die poststation wollten wir ja noch ne server farm und das müssen ach scheiße das hätten wir jetzt machen müssen damit wir unsere büros hier bauen können ja scheiße egal machen wir beim nächsten mal so machen wir hier das wohngebiet auch jetzt mal größer noch mal ja definitiv straßen einfache straßen hier oh das habe ich gemacht hier Okay. Warum mache ich denn hier die ganze Zeit einen Wall? Ich will hier keinen Wall. Jetzt. Okay, so wollte ich das. Ja, so sieht das doch wohl aus. Okay. Wunderbar funktioniert. Nichts. Okay. 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 Klein und bisschen gemütlich hier oben. Kleinstädtele. Okay. 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 Wir machen mal richtig was. Okay. Ich würde sagen, es wird langsam Zeit für... LOL. Die Häuser sind gebaut worden und sind direkt wieder verlassen. Ich will aber gerne hier noch eine Straße hier ansetzen. Darf ich nicht? Darf ich nicht? Aufmachen. Oder warte mal. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich mache nochmal noch eine Straße. Wie mache ich hier? 90 Grad. Jawohl. So. Ja, das sieht cool aus. Ja. Fühle ich. So, dann machen wir das hier genauso. So. Mit den Straßen. Das heißt, wir führen hier nochmal eine Parallelstraße ab. So, auf die Höhe war das. Dann nochmal hier an. Anmachen. Ja. Und die Straße nochmal weg. So. Und dann der zweite. 90 Grad. Ja. Und hier. 90 Grad. So. Dann die hier. 90 Grad. Und die hier bei 90 Grad. Snippen lassen. Ja. Das sieht doch cool aus. Ah. Herrlich. So. Okay. Haben wir doch hier unsere Flügelstadt. Ne? So. Dann machen wir mal bitte. Die Türke. So. So. Flügels. Flügels. Flügelsheim. Okay. Äh. Äh. Hier ist Lastenkraftwagenverbot. Und hier ist. Äh. 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 Hier ist Lastenkraftwagenverbot. Und hier ist. Äh. Bodenschwellen. Also hier diese Bodenschwellen. Und dann will ich hier. Äh. Äh. Was ist das hier? Verbrennungsverbot. Straßengebühr. Ja. Ja. Die sollen hier auch. Mächtig platzen. Witzel war das glaube ich. Ja. So. Genau. Dafür kriegen wir nämlich auch eine Parkanlage hier. Und nochmal ein Parkhaus. So. So. Oh. Wir machen richtig Kohle. Okay. Oh. Die Straße hat nicht gebunden. Okay. Gut. Äh. Warum auch immer. So. Parkanlagen. Oh. 5.000 EUR im Monat. Ja. Das ist doch was. Können wir hier nochmal was Großer Spielplatz Machen wir mal ein paar Spielplätze oder? Kosten wir eigentlich 2500 Großer Stadtpark Der kostet echt viel Geld ne Finde ich den aber am besten Ja 2000 1000 Da hab echt ne kleine Range Da find ich den echt geil hier dann ich also die genau als ihr B in aus doch Sind die doch jetzt überglücklich, ne? Ja. Die mir immer noch zertar, ja. Okay. Guck mal, das bringt jetzt die Glücklichkeit hier richtig hoch. Denke ich mal. Unzulässige Gesundheitsversorgung. Äh, Dienstleistung. Krankenbudget bei 100. Lass mal gucken. Also hier ist echt fast wenig. Oha. Das Krankenhaus fetzt alles weg. Okay, 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 okay. Gut, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, Chat. Wir machen uns hier eine Straße raus. Von hier aus. 90 Grad. So, dann hätte ich gerne einmal das Gesundheitssystem hier dran. Und das geht dann für alle? Auch für da hinten? Überwiegend, ne? So. Okay, 32. 135. 125. Helikopter. Ja, gönnen wir uns. Was ist das? Spezialbehandlung. 100.000 im Monat. Wir machen 85. Okay. So, vielleicht ist er dann unsere... Wohlbefinden mehr, dass die dann jetzt hier wohnen wollen. Wir sind verlassene Häuser. Und dann würde ich vielleicht... Äh, ich guck mal gerade auf unsere Polizeibilanz. Verfügbarkeit, Gefängnis, durchschnittliche Kriminalität. Oh, unsere Kriminalität ist echt mies. Oha. Sozialamt haben wir gebaut. Polizeiwache. Wir machen hier nochmal eine Polizeibache hin. Wir machen hier nochmal eine Polizeibache hin. Und hier im Industriegebiet? Ja. Warum nicht? Die sollen sich ja auch sicher fühlen. So. Okay. Ähm. Wie sieht's aus? Wir machen jetzt nur noch 12.000. Aber... Alter, was ist denn hier? Wollen die alle da rein? Alter Schwede, echt jetzt? Das. 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 So Straße, ich wollte mal gucken Scheiße, hier haben wir richtig Popshop, ne? Wir haben Feierabendverkehr Und hier geht gar nichts mehr Warum geht denn hier nichts mehr? Loll, ey, was hier los ist Ja, die kommen alle aus der Stadt jetzt raus Die kommen jetzt alle aus dem Feierabend Fahren jetzt alle aus dem Industriegebiet raus In die Stadt rein, ne? Ja Wir müssten theoretisch mal hier eine Anbindung machen Ja, gut Halt mal kurz an Wie geht denn? Das war's für heute. Ich glaube, das könnte es theoretisch sein. Warum macht der eigentlich hier Zebrastreifen? Der Kick. So. Ampel weg hier. So. Dann machen wir mal hier. So. So. Naja, das darf da eigentlich stehen. So ist doch gut. So. Okay, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge bei City Skyline 2, wenn Lost Time weiter wächst. So. So. So.